hallo und herzlich willkommen zu einer runde besiege so ich spiele jetzt die nächste runde ich habe ein bisschen was ausprobiert ich habe ein paar maschinen gebaut und gespeichert in den freien modus mal schauen ob ich hiermit auch wie was reißen kann mit den maschinen die ich gebaut habe und das ist meine einzige flugmaschinen die ich gebaut habe und ich hoffe das klappt vielleicht klappt das auch nicht ich warte erstmal schon ganz nach hinten ganz nach rum das gibt es doch nicht bin zu nah an den bogen schützen moran wenn mache ich das doch anders mit so auf einmal zu machen kann ein bisschen schummeln das war nach ganz unten genau so dann bauen wir hier einfach mal eine wand sehr aktiviere ok gut das problem wird nur gleich sein mit der kamera perspektive weil bei dem spiel ist es so es probiert immer die mitte von allen gebauten sachen zu haben also das heißt die mitte ist ungefähr hier vorne so wir haben auf jeden fall ein abgeschossen dann machen wir es noch ein bisschen anders ich könnte auf hatte dass da drin lassen Ich sitze jetzt hier überall so was dran. Sitze da jetzt überall Kanonen im Raum. Was heißt das? Out of Bomb. Holes. Ach ich bin da. So. Das gibt es doch nicht. Warum ist denn der jetzt nicht da durch? Hm. Das kann doch nicht wahr sein. Dann nochmal alles hier löschen. So. Dann halt nochmal. Aber diesmal. In den Rahmen. So. Jetzt aber. Geht ja jetzt ein bisschen schneller. Ich denke mal wenn ich gleich mit den ganzen Kanonen schießen werde. Briehe ich das Teil bestimmt nach hinten weg. Aber ist ja nicht schlimm. Aber ist ja nicht schlimm. Ging auch noch höher? Ne. Obwohl. Ein Balken geht es glaube ich noch höher. Kanone. Ja. Gut. Dann machen wir nochmal hier. Ein Balken. Ja. Jetzt über die Kanonen auch. So. Das hat ja geknallt. Okay. Ne. 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 Das geht so nicht. Das geht so nicht. Leider. Ja. Wäre aber witzig gewesen. Dann muss ich irgendwie die Mauer erhöhen. Da habe ich auch schon eine gute Idee. Ich nehme einfach den hier. Mit H. Das war auch der Trampolin. Ding ist da. Der sich da. Ich möchte lieber nicht bauen. Sonst brauche ich noch eine andere Seite. Und dann. Glüter ist Teil zur Seite. Und. Das will ich ja nicht. Wäre ja nur nach oben. So. Dann kann ich jetzt mit denen. Opfer. Ja. Ok. Ein Ballon genutzt. Aufplätze. Fertig. Los. So. Dann fliegen wir jetzt mal. Schön über der Burg. So. Wo ist denn der hier dran? Oh. Wo ist denn der abgefallen? Oh. Da fliege ich schon runter. Nein. Ach. Mensch. Wie viel Prozent habe ich geschafft? Ich habe doch hier was von der Burgs verstört. Hä? Verstehe ich nicht. Aber wir probieren es gleich nochmal. So. Fuck. Was ist das für ein paar Worte? So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube hier haben wir noch vorne die Bombe Ja, es hat geklappt Geil Schutzmauer Cool Ah, der Turm sieht doch gut aus Dann nochmal rumhüpfen Gut, the next song Was kommt? Äh, still Äh, modperse Halt Äh, ja Ich soll das Holz da hoch bringen Wenn ich das richtig verstehe Hm Ich einfach so mal rüber Landet So Christus wollte ich auch zerstören Ja Na gut, ok, ich habe ja noch ein Teil gebaut, einen Schieber, habe ich den benannt, Dizer, aber mit dem komme ich nicht hoch. Lass mir Leute umfahren hier, zack, zack, da hinten ist einer, wie kriege ich das da hoch? Wie kriege ich die Teile da hoch? Warte mal, mein Feuerlöscher hat doch so ein Ding ins Strand, ich habe da noch einen anderen Panzer, ein Feuerlöscher habe ich den genannt, der hat vorne so eine Kralle, womit er Sachen schieben kann. Lass uns ihn wieder schieben, anders, zeige ich den nochmal. Schieber, da ist der Feuerlöscher, hier ist diese Kralle. So, vielleicht kann ich ja mit dem die Teile hochdrücken. Ne. Ich hoffe, müsste ich da was, müsste ich da drunter kommen und die es dann hochdrücken. Ah wie? Wenn ich dann einen Strumpf herunterbaue, unter dem Feuerlöscher, gleich dann. Ich dachte die ganze Zeit, hier muss man immer nur Sachen kaputt machen. hoch schieben. So, ich glaube mal, ich probiere das mal aus mit den Hochdrücken. Dann nehmen wir dann einfach mal. Hm, Mechanik war das. Den da. Oh ne, das ist zu lang. Hm? Passt nicht. Ja. Schieben wir den da erstmal weg hier. Da. Da hast du dich schwerer denken, da will ich. da drücke ich mich hoch aber den nicht ich müsste irgendwie erstmal weiter runter gehen das ist ja genau und dann H drücken ok warte mal dann machen wir hier ähm G G G so wenn ich jetzt die G drücke ach der drückt das nach oben er soll nicht nach unten drücken wenn ich das dreh vielleicht ja dann löschen wir den nochmal guck mal grad warst du mal jetzt ist auf einmal wieder laut das war wieder ein bisschen höher Mensch Mensch sind Kinder normal kann doch nicht wahr sein so auf er war drehen ok jetzt kommt G G G G drückt er nach hinten an woran sehe ich denn in welche richtung er drückt a a a a ok ach das geht bestimmt wegen die Stahlrohre hier die habe ich gemacht äh damit die Dinge nicht immer kaputt geht hier weil ich habe vorhin im freien Training immer hier gefahren und da sind mir die Achsen hier vorne weggebrochen hier habe ich hier die Stahlträger rein gesetzt aber ich denke mal das kann man auch ein bisschen anders machen so ok wie ein Stahlräger gewesen g g g g ach da kommt immer noch nicht runter hier gibt es aber du w w w w w w w w Warte mal Da brauche ich ein anderes Fahrzeug Das klappt so nicht Nicht wirklich Kann man das machen? Ich überlege mir noch was schönes Womit ich irgendwie Sachen Crappen kann Ich glaube mit Ich habe doch da was Vorhin auch noch gesehen Mit denen Da kann ich bestimmt Sachen Crappen Und Ich probiere es einmal kurz aus Mit V lasse ich dann los Okay Jo Also werde ich das damit irgendwie machen Und damit V loslassen Wahrscheinlich werde ich dann auch Jetzt nochmal schnell Ich bin schon Es ist Ich bin schon Und Ich bin schon Ahh Ich bin schon aber so will ich das machen ich bin wahrscheinlich ein bisschen höher bauen warte mal die mensch immer wenn man gerade so dabei ist dann möchte man das auch schaffen so ach nicht daran daran ok jetzt haben wir den nur jetzt mal normale rieder müsste auch reichen ich habe die zwei gebaut lol so noch mal da ist er so jetzt aber da müsste ich dann hier auch noch mal so ein mal kurz aus jetzt hier euer bäscher hey lol ach ich hab die lenkung gerade nicht reingebaut jetzt aber hier ich werde jetzt noch ein bisschen was ausprobieren im freien training und ja dann werde ich mal schauen ob ich das hier geschafft habe also dann werdet ihr sehen ob ich ein richtiges teil da gebaut haben vielen dank fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid bis dahin viel spaß und tschüss tschüss bis jetzt bis jetzt bis jetzt Vielen Dank.